Und ich habe hier das Flügelhorn von unserem Wolfgang, weil ich glaube, ich kriege dich sonst nicht los. Komm! Nein, nein, nein! Willst du ihn jetzt hier einfach wegholen? Ja, es ist doch zu Ende jetzt! Komm! Deine Bursche stehen schon drüben! Es war so schön! Ja, komm! Ich nehme dich mit rüber! Komm, Wolfgang! Komm, komm! Normalerweise streuen wir dann immer Brotkrümel an den Dingen. Ich gebe es dir schon mal. Du gehst zu deinen Männern dahin. Wir sehen und hören jetzt Alphornklang und Schwoberblech mit einem versprochenen Titel Egerländer Musikantenmarsch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alphornklang und Schwoberblech. Schön, oder? Passt auch zum Ende. Sehr schön. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.